so geschafft wird man anstrengend muss man auch noch unterwegs anhalten also cross motorräder jetzt hier anfangen durch die gegend zu fahren die versauen uns wahrscheinlich jetzt den spaziergang hier kommen ein ständig über dem weg fahren hier und dann mussten wir deswegen kurz anleihen hier werden die wieder hysterisch da müssen wir jetzt auch noch rauf 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 bis dahin hier bist du oben laufen wir lange da wo der weiße reich kommt da laufen wir dann geht es da hinten dann gehen wir den weg wieder rauf bis jetzt mal sehen dann landen wir in einem flussbett da unten im tal das tut man jetzt natürlich nicht dann laufen wir da und dann gehen wir hoch haben noch ein bisschen was vor uns